Echt, der überlebt wieder mit 1 HP. Au! Die Laura hat es nicht abgesehen. Definitiv. Definitiv. Das böse kleine Einhorn. Spy hinter dir da, Luke. Mh. Werde jetzt aber gebrannt. Ah, Shigo. Shigo falsche Richtung. Oh. Ich habe den Hammer, mit dem ich Sandwich und so mit einem Schlag zerstöre. Der aber nicht funktioniert. Hast du hier versteckt? Was hat der denn hier für einen Charge? Ach, den Impfarzt. Okay. Können wir uns jetzt mal einnehmen gehen? Ach, du Heilige. Okay, da haben die einige Sentries aufgebaut. Ja, genau. Deswegen dachte ich. Bei mir hast du aber jetzt die ganzen Items da, hallo. Also ich habe deinen Charakter hier gerade gesehen auf jeden Fall. Ja, ich bin doch gerade aber nicht mit dem, ich bin doch mit dem Pyro unterwegs. Ach so, den hast du vorher schon so eingestellt? Ne, geändert habe ich nur was am Scout und da kriege ich meine Items nicht. Vielleicht geht es da gleich nach einem Serverwechsel. Ja, klar war. Ach, Flash. Wieso spielt die heute den ganzen Tag Spy? Was ist da los? Jetzt halten die aber guter Gegengrad. Ach, es gibt noch eine bestimmte Anzahl von Dings, die man haben kann, Klassen. Wie meinst du das? Ja, ich kam zum Beispiel, konnte ich keinen Medic spielen und ich konnte keinen Soldier spielen. Ah, genau. Drei von jeder Art sind hier erlaubt, nur. Weil damit zum Beispiel nicht irgendwie alle, manchmal gehen dann irgendwie so fünf, sechs Leute Sniper und dann hat das Team eh schon verloren, das Scheiße. Dein Mikro gerade wieder? Mikrofon muted. Mikrofon activated. Was kann ich denn da mal geben? Die Linke oder die Rechte? Beide am, also am Point. Ah, ok, sauber. Im Mittelgang steht noch eine, in dem Tunnel, aber die brennt schon. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Zurück, da ist ein, oh Gott, geh zurück, da kommt doch ein Überjunge, siehst du doch. Ah, viel zu früh haben die den Übergrad eingesetzt. Wir müssen da leihen. Unser Engie müsste mal versuchen den Teleporter ein bisschen offensiver zu setzen, oder? Wir bräuchten einen zweiten Engie. Ach, ich würde gerne den fucking Medic spielen und einfach mit dem Übercharge da reingehen. Ja, wir haben ja eigentlich zwei Medics. Ja, gut, das ändert ja nichts, dass nichts passiert. Ja, das Problem ist halt, dass der eine hat erstmal die Crits Krieg und der andere stirbt dann dauernd, weil er viel zu offensiv nach vorne rennt. Ach, schon wieder ein Über. Ach Gott. Wo steht denn der zweite Teleporter? Ich setze jetzt einen in den Tunnel. Zweiten Teleporter haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Ja, ich mach gar nicht. Ich wollte gerade einsetzen. Wo steht denn der erste? Der erste steht hier bei dieser Hütte. Komm schon. Wäre geil, warte mal, wo kommst du hier gerade hergerannt? Ich habe, ich versuche in den Tunnel zu kommen. Wo bist du, wo bist du? Ah, da, hier. Warte, Vorsicht, da kommt ein Heavy. Wir gehen hier gleich rechts lang. Ja, ja, in den Tunnel. Hier. Ist das ein... Weil, ich werde schon wieder, ich bin wieder tot. Ja, ich auch. Hat sie ja mir gerecht, der Schlingel. Ach, da ist noch eine Sentry. Wenn du in diesen rechten Tunnel gehst, da kannst du recht gut eine Sentry platzieren am Ende des Ganges. Ja, ja, scheiß, da wollte ich auch hinten eigentlich. Oh, unsere Sentry ist kaputt, stimmt. Ja. Ist nicht gut. Jetzt hat sich das hier an dieser engen Stelle so ein bisschen festgesetzt. Boah, da sind aber auch wieder viele Leute hier unterwegs, da. Jetzt kommt da wieder... Scheiße. Oh, nee. Fuck. Hat er mich abgestochen? Ja, einer nimmt ein. Ja, weil die sind jetzt gerade zu offensiv geworden. Die sind alle jetzt hier vorne bei uns. Ah, der ist tot leider. Nee, er ist wieder drauf. Noch nicht. Ja? Geil. Nice. Oh Mann. Ja, die wollten zu viel. Jetzt kommt das unschaffbare Level. Siegierig geworden, ey. Wollen wir noch mal die Klasse zu wechseln. Jetzt geht's. Nach Map-Wafs geht's. Okay, komisch. Jetzt hast du... Wo bist du? Ich kling gerade in Atomic Boing, aber was macht der nochmal? Unbesiegbar. Genau, du bist dann schneller und bist unbesiegbar. Kannst aber auch nicht schießen halt in der Zeit. Und ich habe hier so einen Fisch. Willst du von einem Fisch geschlagen werden? Yeah, guck mal der schlammert noch. Wo bist du denn, Shigo? Hinter dir. Hier. Geh weg mit dem Ding. Ich habe hier auch noch sowas. Dann leider auch noch zwei Schuss. Ich hoffe, der bringt was. Festliches Getter Gun. High five. Konntest du auch den Granatwerfer ausrüsten, Shigo? Du bist doch gerade Dämoner, oder? Ach so. Ähm. Ah, jetzt habe ich bisschen was. Äh. Boah, ein HP. Ich schweine. Selbst gekillt. Die beiden Heavis halten mich hier voll zurück, ey. Ich wollte da mit dem Atomic Boing durch. Und die Heavis haben ja mal zurückgeschossen. Scheiß Heavis. Toll, dann habe ich Neidung gefunden. The Clock and the Dagger. Cloak. Sag mal. Ah, den Dead Ringer hast du auch. Hast du gesehen? Ja. Okay. Wer kommt auf den Point? Ach, die haben in der Base, haben die schon eine Sentry stehen, Level 3. Also im Hauptpunkt. Haben sie vorgesorgt. Vielleicht ein paar Leute, die es schon mal gespielt haben. Ja, ich war schon durchgerannt extra und wo wir da kämpfen. Gerade als Scout ist es der Böse, wenn du dann da stehst. Der kann ja doppelt so schnell einnehmen. Oh. Scheiße. Boah, die Rakete flog knapp an mir vorbei. Scheiße. Haben wir keine Medics mehr? Ich werde ja einen machen. Die mit hier nicht. Ah, hier baut auch jemand gerade die Sentry auf. Da kommt ein U-Bot-Chart. Das hättest du bei Gold Rush auch machen sollen, als ich deine Videos gesehen habe, ist mir jetzt aufgefallen, dass du die Sentry hättest du lieber direkt so am Spawn Point aufbauen soll und dann hochtragen. Weil du kannst die ja tragen jetzt. Ja, man muss ja trotzdem noch einmal bauen. Ja, ne, du kannst die direkt auf Level 3 und dann baut die sich auch auf Level 3 wieder auf. Sollen wir mal schauen, ob da drüben noch Leute drin sind. Shigo, komm. Jawoll. Ne, kein Teleporter. Schieß ihn ab. Du bist, du bist geheilt. Warte, du bist zu weit weg. Ich musste erst Joseph löschen. Über dir links. Guck nach links. Du? Du? Was grinst? Immer noch Crits Creek oder jetzt normal? Ne, der Notarzt hast du jetzt. Ich brauch Muni. Was macht der Notarzt dann? Der Notarzt macht glaube ich 300% Überladung, also dass du mega schnell hochheilst dann. Wenn das kein... Nein. Unser Engie ist eigentlich ganz gut. Ah, ich hab richtig viel geheilt eigentlich. Hast ne Errungenschaft bekommen. Die Laura hat mich gerüstet. Ach, Flash. Ah. Wo kommt der denn her? Scheiße, bist du gestorben. Was war das denn? Die sind irgendwie durch den Gang gegangen. Du kannst aber unten lang gehen. Ah, sauber. Wir haben Teleport. Ah, cool. Ich geh auch mal unten lang. So taunt der Typ immer, wenn ich den heil. Immer wenn er einen kill, taunt er direkt. Was ist das für ne Klasse? Pyro. Vielleicht hat er diesen Flock. Da kannst du was aufladen und dann, wenn du taunt ist, bekommst du Crits für 5 Sekunden oder so. Medik! Oder er will die Gegner einfach nur verspotten. Wo ist denn hier mal Heilung? Uh. Uh. Boah, jetzt kam die da aus. Der Ding ist auch noch. Medik! Feinerei. Hä? Lebst du noch? Shigo? Ja. Und ich darf die ganz natürliche Gegend. Der labert Scheiße. Boah, warum kommt auf einmal wieder so ein Digga Heavy? Fire! Fire! Da ist ein Spy! Boah, da ist ein Overcharge. Scheiße! Medik! Welcher ist der Spy, aber ja. Der ist gerade so ein richtiger Spy. Ah, Flash wieder. Die scheint wohl den Spy mal ein bisschen üben zu wollen. Ich versuche mal unten durch zu rushen. Ich habe jetzt den normalen U becharged. Sehr gut. Oh Gott. Ach du Heilige. Boah. Ui. Ja, na klar trifft er mich mal. Da ist ein Spy. Spy ist ein Spy. Teleportergefühl. Dass wir hier so lange hängen, finde ich krass. Boah, jetzt eine kritische. Wie geil wäre das denn bitte? Da sind so viele Gegner links. Ich versuche mal unten durch zu gehen. Wir sind jetzt oben durch. Okay. Und ich bin unten durch. Ich bin unten durch. Und jetzt gehen wir in die Mother und Uber Charge. Er wird voll weggeschossen. Wir können jetzt von zwei Seiten... Wo ist die Sentry ungefähr, Dalu? Ich kann die... Ich glaube mittig. Auch vom Tuffer einfach. Wir sind doch dran. Jetzt ist mein Uber Charge alle. Er hat leider nichts kaputt gemacht. Doch, jetzt. Oh shit, ich bin auch geübert. Sentry down. Eine Sentry ist down, Leute. Ihr könnt stürmen. Ihr könnt stürmen. Oh Gott, bin ich schlecht. Die.